Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Donnerstagabend. Prochaska bietet sich an, in zwei Wochen in Brasilien zu kämpfen. Elia Topuria möchte den BMF-Gürtel. Und Bo Nickel glaubt, dass er Kamsa Chimaev im Käfig durch die Gegend werfen würde. Das und noch ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich muss alle enttäuschen, die jetzt gedacht haben, jetzt laufe ich hier mit so einem riesigen Slot-Auge irgendwie durch die Gegend. Die Augentropfen haben erstaunlich gut gewirkt. Gestern war noch ein bisschen am Tränen, aber mittlerweile sieht es wieder halbwegs vernünftig aus. Und ich muss direkt dazu sagen, 20.51 Uhr fange ich jetzt an, dieses Video aufzunehmen. Damit das nicht viel zu spät kommt, versuche ich mich tatsächlich heute etwas kürzer zu fassen. Also vielleicht ein bisschen Turbo-Blabla im Vergleich zu den sonstigen Videos. Aber ich glaube, in den letzten Tagen gab es relativ viele 55, 50, 40 Minuten Videos. Da ist das auch mal zu verschmerzen. Wir fangen heute an mit Alexander Wolkanowski, der natürlich seine Reaktion hochgeladen hat. Jeder Fighter, der was auf sich hält, hat mittlerweile auch einen YouTube-Kanal. Gibt ein bisschen Kohle extra. Und er hat über natürlich den Fight auch gesprochen, dass er vorher gesagt hat, nicht, ich habe es euch gesagt. Er sagt ganz klar, Knockout hat er nicht kommen sehen. Aber man soll Holloway nicht unterschätzen. Und diesen Unterschied von der Qualität und auch von der Körpergröße, vom Gewicht im Käfig, das glaubt er, haben einige Leute viel zu sehr an die große Glocke gehangen. Und er hat das nicht für so einen riesigen Faktor gehalten. Und er wusste, er war davon überzeugt, dass Max Holloway gut aussehen wird. Knockout hat er, wie gesagt, nicht gesehen. Er glaubt auch nicht, dass Max zu irgendeinem Zeitpunkt schlechter geworden ist, nachgelassen hat, am Ende war, abgewaschen war, sondern dass Holloway schon immer so gut gewesen ist, konstant in den letzten Fights, sogar noch besser geworden ist. Klar, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen nach, ich habe Holloway dreimal besiegt. Je besser ich jetzt, also je besser sich Holloway anstellt jetzt in seinen zukünftigen Fights, desto besser sieht natürlich irgendwo auch Wolkanowski aus. Er hat diesen Mann dreimal besiegen können. Aber ich glaube, dass das hier wirklich nicht der Kern ist. Ich glaube nicht, dass das so eine Aussage ist. Ich spreche jetzt einfach nur positiv über ihn, weil ich dann noch besser wegkomme. Ich glaube, das ist eine ehrliche Reaktion von Wolkanowski. Und klar, wenn man sich anschaut, wie hat Holloway gekämpft, auch in den Fights gegen Wolkanowski. Beim ersten Aufeinandertreffen war da für mich Wolkanowski der deutlich bessere Mann oder hatte zumindest einen sehr, sehr guten Gameplan, der einfach gepasst hat, wie die Faust aufs Auge. Das hat sich aber angeglichen, Fight um Fight, sodass man beim dritten Mann ja schon einige der Meinung war, da hat eigentlich Max das bessere Ende für sich gehabt. Und Holloway hat ja dazwischen jede Menge Contender aus dem Weg geräumt. Also es sah sehr, sehr gut aus in den Fights, die er dazwischen hat. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Holloway irgendwie am Ende gewesen ist. Bei Max wird es jetzt natürlich interessant sein, was macht er als nächstes. Gefühlt stehen ihm jetzt einfach alle Tore offen. Er kann im Leichtgewicht bleiben, steht dort in den Rankings, nach wie vor aber auch im Federgewicht. Dort wartet vielleicht ein direkter Titelkampf auf ihn, darüber sprechen wir jetzt gleich. Wolkanowski trifft für mich aber hier den Nagel auf den Kopf, wenn er da festhält. Holloway ist eigentlich über die letzten Jahre, über die letzten Fights zu keinem Zeitpunkt wirklich schlechter geworden. Damit kommen wir zu Ilya Tupuria, der ganz klar sagt, ohne den BMF-Gürtel braucht Max gar nicht auftauchen. Ich will, dass der Gürtel auch eine Rolle spielt, auf dem Spiel steht. Und ich muss sagen, die UFC hat es hier wirklich geschafft, einen Gürtel zu kreieren, eigentlich auch unabhängig von Gewichtsklassen, der dafür sorgt, dass die Fighter sagen, den will ich haben. Der hat einen gewissen Wert für mich als Kämpfer. Ein Chandler hat gesagt, dass er diesen Fight irgendwo haben möchte. Tim McGregor hat es schon gesagt, so ein Fight ist interessant. Wir sprechen im Verlauf des Videos noch über Charles Oliveira. Jetzt sagt es Tupuria, auch in Wolkanowski hat es schon drüber gesprochen. Natürlich gab es auch einige Fighter wie Islam, die gesagt haben, ja, das ist ein Komplex-Titel. Also könnt ihr gerne haben, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Nehme ich meinetwegen mit, wenn der auf dem Spiel steht, aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Aber durchaus viele Fighter, die Interesse daran haben. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Gürtel weiter verteidigt wird, jetzt von Holloway. Ob es irgendwann so ist, dass bei Masvidal war es ja auch so, der hat ja seinen Gürtel noch, den hat er nie verloren, dass dann einfach quasi ein neuer etabliert wurde, ohne dass Masvidal da involviert sein musste. Wechselt der dann vielleicht irgendwann auch in die etwas höheren Gewichtsklassen? Nehmen wir jetzt mal an, Holloway verliert gegen jemand, der auch, nehmen wir mal an, gegen Chandler, der im Weltergewicht kämpfen könnte. Chandler kämpft im Weltergewicht, dort verliert er gegen jemanden auch diesen BMF-Gürtel, wird er dann weiter nach oben gereicht. Mal gucken, wie diese Entwicklung weitergeht. Tupuria hat den jedenfalls auch auf jeden Fall auf dem Schirm. Und er sagt, ohne diesen Gürtel, da brauchst du gar nicht ankommen, dann kämpfe ich lieber erstmal einen Rückkampf gegen Wolkanowski. Er sagt, ich bin der Champion, ich suche das Datum aus, du kannst eigentlich nur warten und dem Ganzen zustimmen. Er glaubt, dass die UFC ihn in der Sphere kämpfen lassen möchte, in Las Vegas im September. Er selber hofft natürlich irgendwo noch in Spanien, September oder Oktober, aber auch die Sphere würde natürlich gut für ihn passen. Inwieweit Tupuria sich jetzt schon, ich sag mal noch relativ früh in seiner Karriere, was die Anzahl der Fights angeht, schon qualifiziert hat für den BMF-Gürtel, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Wobei ich sagen muss, was ist die Qualifikation für den BMF-Gürtel? Gibt es da eine direkte, ein Maßstab? Was haben Nate Diaz, Masvidal, Gaethje und Holloway gemeinsam? Außer, dass alle UFC-Fighter sind, jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel, weil alle durchaus auch unterschiedliche Kampfstile haben, unterschiedliche Richtungen, aus denen sie kommen. Aber was sie jetzt, glaube ich, gerade für Gaethje und auch für Holloway gesprochen hat, das waren einfach zwei Typen, das haben die letzten zehn Sekunden gezeigt, volles Risiko. Die gehen all in. Auch Gewichtsklassen spielen da vielleicht nicht so eine große Rolle, wobei Genshi nur im Leichtgewicht gekämpft hat, aber Max Holloway da jetzt auch nach oben gegangen. Das vielleicht schon so ein bisschen eine leichte Definition. Aber es ist natürlich nicht irgendwo festgeschrieben. Deswegen kann da natürlich theoretisch erstmal jeder um diesen Gürtel kämpfen und mal gucken, ob Holloway den auch wirklich verteidigen möchte. Weil verteidigt wurde dieser Gürtel ja bisher noch nicht. Wir bleiben noch kurz bei Tupuria. Der hat auch auf ein Afeinandertreffen mit Sugar Sean O'Malley gesprochen und da ging es zur Abwechslung mal nicht irgendwie großartig heiß her. Und er hat auch nochmal darüber gesprochen, dass er da nicht irgendwie geschockt war. Ich meine, das hat super gepasst, als Holloway diesen Knockout erzielt hat. Dann wurde Tupuria eingeblendet beim Postfight-Interview von Holloway und der wirkte so, als ob er gerade einen Geist, einen Gespenst gesehen hatte. Und er hat selber gesagt, er hatte damit nichts zu tun. Ich war mit anderen Fightern da am Quatschen. Ich war in meiner eigenen Welt. Ich wusste gar nicht, dass ich da auf dem großen Bildschirm bin. Aber es passt natürlich witzigerweise genau zu diesem Moment sehr, sehr gut. Und dann kamen ja auch sofort diese Memes, die gesagt haben, Tupuria sofort seinen Gürtel abgegeben. Ich glaube nicht, dass der Mann Angst hat vor Max Holloway oder vor irgendeinem anderen Fighter. Ein gesunder Respekt ist natürlich mit dabei. Aber wir wollten über O'Malley sprechen. Das war jetzt kein Aufeinandertreffen wieder. Ich mach dich fertig, ich bring dich um. Er hat ihm gratuliert zu seiner Titelverteidigung. Und O'Malley hat auch gesagt, lass uns, wenn ich gegen Merab gekämpft habe und natürlich gewonnen habe, lass uns danach den größten Fight machen, den man aktuell machen kann. Tupuria ist seiner Meinung, auch wenn er nicht glaubt, dass er an Merab Tvalishvili vorbeikommt. Aber dann habe sich O'Malley so einen Fight verdient und dann sei er auch dem Ganzen etwas offener gegenüber. Ja, wenn er Merab auch besiegen kann, ist das mit Sicherheit stark. Und O'Malley hat einfach den Look, dass die UFC das, glaube ich, dann auch ein bisschen pushen würde. Tupuria, kein leichter Gegner, aber was hat O'Malley in diesem Fight schon zu verlieren? Gut, sein Bewusstsein für einen kurzen Moment, aber er steigt auf in eine höhere Gewichtsklasse. Da hast du immer als der Fighter, der es wagt, erstmal mehr zu gewinnen. Ja, das haben wir ihn schon kurz erwähnt. Sprechen wir ein bisschen intensiver über Nate Diaz. Der hat sehr lobende Worte gefunden über Leon Rocky Edwards. Sprechen wir gleich drüber. Erstmal hat er angefangen mit, dass er zu 100% eine Trilogie vervollständigen möchte gegen Conor McGregor. Er wird zu 100% wieder gegen ihn kämpfen. 100% ist, ich weiß, mit wem sprecht ihr hier oder wem hört ihr hier zu? Ich labere ja jeden Abend hier gefühlt immer eine Stunde. Ich weiß, dass nicht jedes gesprochene Wort unbedingt auf die Goldwaage gelegt werden muss, kann, sollte. Aber deswegen versuche ich auch selten, diesen Begriff 100% auf jeden Fall zu verwenden, weil 100% lässt relativ wenig Spielraum über. Relativ geringe Fehlerquote, wenn du irgendwie sagst 100%, dann ist immer. In jedem Fall. Und schon der nächste Satz von ihm, denn er sagt, er garantiert auch zu 100%, dass er möglicherweise, und das ist dann schon eine witzige Zusammenstellung von Worten, zu 100% garantiere ich, dass ich möglicherweise oder vielleicht gegen Jake Paul noch mal kämpfe, gegen den Fucking Fucker, auch eine interessante Beleidigung, Jorge Masvidal, und auch gegen Leon Edwards. Das sei seine Hitlist. Wie gesagt, das verwässert diese 100%-Aussage für mich so ein Stück weit über Leon Edwards, aber sehr positive Worte. Er sagt, er macht einen fabelhaften Job, ist ein super Fighter, wird immer besser, hat eine großartige Einstellung, toller Fighter, und er ist momentan vielleicht der beste Fighter, die beste Sache, die die in der UFC haben, die dort rumläuft. Also, natürlich hat Diaz jetzt rein von den Punktekarten keinen wahnsinnig knappen Fight gegen Leon Edwards gehabt. Ich glaube, da hat Leon Edwards schon jede Runde gewonnen. Ich habe aber damals schon gesagt, wenn man sich diesen Fight noch mal anguckt, ja, Leon hat für mich auch jede Runde gewonnen. Aber es waren jetzt nicht 10 zu 8 Runden. Es waren nicht 10 zu 7 Runden. Es waren nicht Runden, wo du das Gefühl hast, dass Bonnate ist ja überhaupt nicht zu Recht irgendwie da im Käfig. Das ist ja ein Witz jetzt in diesem Zusammenhang für Leon Edwards. Und, ich betone noch mal, bevor sich darüber jetzt jemand irgendwie aufregt, nein, Nate hat diesen Fight auf den Punktekarten nicht irgendwie knapp gestaltet oder auch eine Runde gewonnen, aber hatte wahrscheinlich den besten Treffer ganz am Ende in der 5. Runde. Und das haben natürlich viele Leute einfach in Erinnerung behalten. Mit Sicherheit er auch. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, diese Hitlist, die er hat. Conor McGregor, ja. Ich weiß gar nicht, warum die UFC nicht schon jetzt eigentlich versucht, diesen Fight zu machen. Das wäre der perfekte Comeback-Fight auch für Conor McGregor, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist ein Fight, den halte ich für sehr realistisch. Jake Paul, ja klar, warum nicht? Wenn die Kasse stimmt und man vielleicht auch so ein MMA-Crossover-Fight macht, mit Sicherheit möglich. Gegen Mass Vidal kämpft er ja im Juni. Das ist schon angesetzt gegen Leon Edwards. Keine Ahnung, wie er auf die Idee kommt, dass die UFC da auch sagt, okay, Nate, gehst Richtung Ding. Ich möchte nicht respektlos sein gegen Nate, aber du gehst auf die 40 zu, du hast im Weltergewicht oder im Leichtgewicht, wann hast du so den letzten Contender wirklich besiegt und jetzt möchtest du gegen den Champion sofort einen Titelkampf haben bei deinem Comeback? Das klingt äußerst unrealistisch. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Fight irgendwo auf dem Radar ist, auch nicht bei Leon Edwards. Was hat er großartig davon, diesen Fight jetzt nochmal zu machen? Ja, Nate hat natürlich einen Namen in der MMA-Welt nach wie vor, aber ich denke nicht, dass Leon Edwards, dass das das Ziel ist von Leon Edwards, sondern dass er seinen Titel verteidigen möchte, vielleicht sogar auch in Richtung, vielleicht mal einen Superfight zu machen, Shield, wenn er diesen Titel noch ein paar Mal verteidigt hat. Aber Nate gegen Leon sehe ich persönlich als sehr unrealistisch in der Zukunft und weit weg von 100%. Ja, die liebe Bezeichnung GOAT. Darüber kann man stunden-, tagelang-, wochenlang wahrscheinlich sogar sprechen. Jale Sonnen hat jetzt eröffnet, was er glaubt, wann man um die Bezeichnung für Alex Perrier nicht mehr drumherum kommt. Und auch das sage ich vielleicht zu Zuschauern, die vielleicht, das eine oder auch nicht weiß, der Großteil, der Kern, 80, 90% der Zuschauer, das sind, sage ich mal, Stammzuschauer. Ihr seid eigentlich immer am Start, bin ich auch sehr dankbar für. Für die wiederholt sich das vielleicht. Aber für den einen oder anderen Neuen, der dabei ist, Jale versucht häufig einfach natürlich ein Stück weit zu übertreiben, zu polarisieren, einfach damit man sagt, boah, das ist eine krasse Aussage, da muss man irgendwie, da muss man drüber sprechen. Mache ich ja jetzt auch in diesem Video quasi. Und das machen natürlich dann auch andere größere Seiten, gerade englischsprachige auch. Er sagt, Alex Perrier hat einen Amateurrekord, er ist ein Amateur. Einfach, weil er natürlich so wenig Fights hat. Er sagt, er hat es zwölfmal gemacht, er hat es achtmal gemacht in der UFC im Oktagon, davon hat er zwei Titel geholt, fünf ehemalige Champions besiegt. Und er hatte noch nie ein Wrestling-Match, er hatte noch nie ein Grappling-Match, und er ist auch kein Schwarzkurt, sagt er hier ganz klar. Und wenn ich sagen würde, er wäre der Größte beim MMA, der jemals diesen Sport gemacht hat, würden alle mit den Augen rollen. Aber da kommt die Champ, Champ, Champ-Frage mit rein. Und er sagt, er ist die erste Person, von der er wirklich glaubt, dass er es schaffen kann. Und dann müssen wir ihn in diese Konversation holen, dann müssen wir ihn als GOAT bezeichnen. Und er sagt, schauen wir uns GSP an. Also, weil ich bin mir sicher, ein Argument, was ich da auch direkt im Kopf habe, ist, wie viele haben aber auch in den ersten acht Fights die Gelegenheiten bekommen wie Alex Periola. Wie viele Fights hat er gebraucht? Drei, bis er dann den Fight gegen Easy bekommen hat. Gut, da war in der Vergangenheit seine Geschichte mit Easy wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Deswegen hat er den Fight gewonnen. Gut, den bekommen. Den hat er natürlich auch gewonnen, das muss er auch erstmal schaffen. Dann die Gewichtsklasse, natürlich Titel verloren, Gewichtsklasse gewechselt, auch direkt einen Contender-Fight bekommen. Gut, als ehemaliger Champion bekommst du das. Hat er auch nicht direkt den Titelkampf bekommen, aber gegen Jan Blachowitsch knappen Fight gewonnen dort. Split Decision. Und dann direkt, Gelegenheit macht Diebe, Main Event in New York ausgefallen. Er ist eingesprungen mit Iri Pukaska, hat dann den Gürtel gewonnen. Ihn jetzt auch verteidigt. Die Frage, die jetzt wahrscheinlich viele stellen werden, ja, welche anderen Fighter haben denn auch diese Gelegenheiten bekommen? Wie Alex Perra. Aber da hat Chael Sonn für mich auch eine gute Antwort parat, weil wenn man guckt, GSP, der hat bei 170 Pfund, also im Weltergewicht, im Mittelgewicht Titel gewonnen, aber niemand von uns hätte vermutlich gehalten, dass der jetzt ins Halbschwergewicht geht und ebenfalls Champion wird. Er nimmt DC und sagt, DC hat im Halbschwergewicht den Titel gewonnen, aber hätte er es irgendwie geschafft, ins Mittelgewicht, so 185 Pfund runterzugehen, er sagt, es gibt einfach so ein Limit für einige Fighter. Nur so weit kannst du halt gehen. Und wir können jetzt quasi die anderen Fighter auch noch mit reinnehmen. Nehmen wir Jon Jones, der es ja auch geschafft hat, Halbschwergewicht, Schwergewicht. Hätte er diesen Cut zum Mittelgewicht geschafft? Eventuell werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Anderson Silva, der war für mich auch so ein In-Betweener, der hätte das, glaube ich, auch schaffen können. Er hat zu Beginn seiner Karriere auch im Weltergewicht gekämpft. Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht, das wäre wahrscheinlich für Anderson auch möglich gewesen, nicht absolut unrealistisch. Kabib Nurmagomedov ebenfalls auf dieser Kandidatenliste. Leichtgewicht, das war schon ein Cut, der an einigen Stellen sehr, sehr schwer für ihn gewesen ist. Ich denke, das ist super unrealistisch, dass er ins Federgewicht runtergegangen wäre, 145 Pfund. Da hätte er sich wahrscheinlich schon einen Fuß abhacken müssen. Weltergewicht halte ich für realistisch, dass Kabib auch dort den Titel geholt hätte. Mittelgewicht ist dann halt die Frage, wäre das realistisch gewesen? Die Sache, in der Alex Pereira sehr, sehr gut ist, das Striking. Es passt einfach aktuell sehr gut auch auf die Gegner, die er dann quasi bekommen hat. Ob es ein Easy ist, ob es ein Prochaska ist, also ich zähle jetzt nur auf gegen, die er dann auch den Titel gewinnt. Wenn es im Schwergewicht jetzt auch jemand wäre, vielleicht nicht unbedingt wie Espinel, wenn sich da was ergeben würde, wie, ich sag mal jemand, der auch lieber im Stand kämpft, dann wäre das vielleicht da auch die richtige Gelegenheit, dass er mit seiner Stärke so groß auftrumpfen könnte. Nehmen wir jetzt Kabib als Beispiel. Wie weit kommt er mit diesem Grappling, wenn er so einen großen Gewichtsnachteil dann hat, gegen einen Mittelgewichtsfalter? Wenn er den Vorteil hat, und das ist jemand, der vielleicht auch ein reiner Striker ist, vielleicht ist die Gelegenheit dann gut, dass er das da auch schaffen kann. Aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich jetzt hinaus will, dass einfach diese riesige Stärke von Alex Pereira hier auch perfekt bei diesen Gelegenheiten dann zum Tragen gekommen ist. Nicht so, dass nicht einige auch versucht hätten, ihr Grappling einzusetzen gegen ihn. Bei Fights, die nicht Titelkämpfe waren, war das durchaus der Fall. Auch gegen Jan Blachowitsch war das der Fall. Auch gegen Prokaska war das der Fall, wo er durchaus in Straucheln geraten ist. Es ist spannend. Ich halte hier nicht für den Favoriten in einem Fight gegen den Espinel oder gegen den Jones. Aber er hat definitiv eine Chance. Und mit seiner Power hat er natürlich diese One-Punch-Knockout-Gelegenheit in einem Fight. Und ja, ich glaube, so dicht wie Alex Pereira war wahrscheinlich lange keiner, aber er wird auch lange keiner mehr dran sein an diesem Status Triple Champ. Kamaru Usman. Und da sollte man vielleicht auch gleich dazu sagen, ist definitiv Team Justin Gaethje. Also Trainingspartner, Kumpel von ihm. Da wird er wahrscheinlich nicht ganz unparteiisch sein. Aber deswegen muss es ja nicht falsch sein, was er hier sagt. Und er nennt zwei Sachen. Er sagt, zum einen können wir nicht außen vor lassen, dass er diesen Tritt ins Gesicht bekommen hat, der seine Nase gebrochen hat. Das hat ihm das Atmen schwer gemacht. Und das hat natürlich auch den Fight beeinflusst. Ja, natürlich. Aber das war ein Treffer von Max Holloway. Das wäre für mich jetzt so, wie wenn Justin Gaethje mit einem präzisen Low-Kick das Bein verletzt hätte von Holloway, dass man dann sagt, ja, aber gut, er hat den Fight auch nur verloren. Gehen wir jetzt mal rein hypothetisch. Er hätte dann den Fight verloren wegen dieser Verletzung nach dem Low-Kick. Ja, deswegen hat er die Low-Kicks ja geworfen. Der hat ja nicht geworfen, um zu sagen, ja, hoffentlich passiert dem nichts und ich tue mir nur weh. Genauso hat Holloway diesen Spinning-Kick geworfen, dass er gehofft hat, wahrscheinlich nicht nur, ich breche ihm die Nase, sondern das ganze Gesicht und der bleibt direkt liegen, weil dann ist der Fight vorbei. Ich glaube, deswegen hat er diesen Kick dann auch geworfen in der letzten Sekunde nach dem Motto, ja, jetzt gehe ich Risiko, selbst wenn er mich jetzt packt und auf den Boden bringt, nicht so schlimm, Runde ist vorbei. Also das jetzt als Argument zu nehmen, ja, natürlich hat das den Fight beeinflusst, konnte schlechter atmen, aber das war ja eine direkte Auswirkung, eine legale Auswirkung durch eine Tat von Max Holloway. Anders sieht es halt mit dem nächsten Punkt aus, denn er sagt, diese zwei Alpokes. Er glaubt nicht, dann lässt er ihn durchaus vom Haken, dass Holloway das irgendwie absichtlich oder irgendwie brutal und böswillig gemacht hat, aber die sind halt passiert und er glaubt, dass die definitiv eine Auswirkung hat. Auch hier muss ich sagen, das kann man jetzt natürlich nicht werten als, ja gut, da hat Holloway halt Schaden gemacht, weil das war natürlich eine illegale Aktion. Ja, es hat mit Sicherheit den Fight auch beeinflusst. Ob jetzt so extrem? Diese Frage wird wahrscheinlich nur Justin Gaethje beantworten können. Und damit meine ich jetzt nicht das Finish. Ich glaub, das Finish wurde noch mit am wenigsten von den Eye-Pokes beeinflusst, weil das ein Augen zu und durch war. Aber davor hat das die Sicht so eingeschränkt, dass er vielleicht nicht klar sehen konnte, dass es ein bisschen verschwommen war, dass er nicht präzise schlagen konnte, dass er nicht präzise verteidigen konnte, dass er einige Treffer nicht hat kommen sehen. Sein Gefühl für Distanz wurde das vielleicht beeinflusst. Also wenn das Augenlicht irgendwo nicht bei 100 Prozent ist, klar, wird das ein Faktor sein. Das ist eine Frage, die aber nur Justin Gaethje selber beantworten kann. Ich jetzt als neutraler Zuschauer würde sagen, natürlich hat das einen Einfluss. Solche Eye-Pokes, die gehen jetzt nicht komplett an jemanden vorbei. Prozentual tue ich mich da einfach schwer, weil es dann auch abhängig davon ist, wie viel Schaden hat es dann in dieser Sekunde gemacht. Aber das ist auch eine Sache. Natürlich wird Justin Gaethje jetzt bei UFC 300, BMF-Fighter, selbst wenn er nur noch Blut sieht in einem Auge, wird er wahrscheinlich sagen, alles super, ich sehe alle Zahlen, die du mir zeigst, lass mich einfach weiterkämpfen. Das lässt wahrscheinlich da sein Stolz einfach nicht zu, dass er da sagt, ja gut, ich sehe nichts mehr, brich bitte den Fight ab. Hätte wahrscheinlich auch völlig zu Unrecht ein Wu-Konzert mit sich gebracht, weil wenn er nicht sehen kann, was soll er machen? Jetzt zum Entertainment von vielen Fans dann einfach ausgenockt werden? Ja, kann er machen und würde Gaethje wahrscheinlich auch machen, so schätze ich ihn jetzt aus der Distanz ein, aber clever ist das natürlich nicht. Clever ist es, wenn du wirklich beeinträchtigt bist, dass du sagst, ja sollen alle buhen, mir egal, ich gehe meinen Weg, nein, ich kann jetzt nichts sehen, ist schade, aber ich habe ja nichts falsch gemacht. Gaethje hat ja nicht irgendwas provoziert, Gaethje hat keine illegale Aktion gemacht, er hat diesen iPog eingesteckt. Wenn du dann weiterkämpfst, geht das quasi auf deinen Deckel, ist das deine Verantwortung, auch wenn ich verstehe, dass eine große Drucksituation da ist, ich meine, dafür holt man ja irgendwo auch den Ringarzt rein. dass der hoffentlich solche Tests macht mit dem Fighter, dass er irgendwie sagt, so, von welcher Seite kommt das Vögelchen und jetzt sag mir mal, wie viel Finger halte ich hoch, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, der sieht was oder der sieht nichts und dass man dann auch dem Fighter die Entscheidung abnimmt und wenn der Ringarzt dann sagt, nee, der hat ja meine Finger nicht richtig erraten und hat nicht, so wie, bei welchem Fight war das, ich glaube, Ortega, wo Herbdien da keine Ahnung, was für Finger hochgehalten hat und Ortega hat, glaube ich, immer einfach zwei gesagt, also dann nicht zwei, aber der Fight ging trotzdem weiter, dann liegt es natürlich, da muss der Ringarzt abbrechen, auch wenn er sich unbeliebt macht, so wie auch bei dem anderen BMF-Fight, wäre natürlich ein böses Omen und hätte diese Fight wahrscheinlich für immer verflucht, wenn beim ersten BMF-Fight durch den Ringarzt abgebrochen wird und jetzt bei diesem BMF-Fight wieder, damit würde man diesen Titel quasi dann so ein bisschen, ja nicht lächerlich machen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es hat einen Einfluss, wenn der Ringarzt sagt, er konnte sehen und Gaethje selber auch nicht was anderes behauptet, ja dann muss er jetzt mit diesem Resultat leben und dann ist das so, auch wenn es vielleicht anders war und er war beeinträchtigt, dann muss man da einfach Nägel mit Köpfen machen und sagen, nee, ging nicht mehr. Mike Perry möchte gern zurück in die UFC, hat erzählt, auf dem Weg zum Training, hat er mit Hunter Campbell telefoniert und er sagt, der nimmt wahrscheinlich schon gar nicht mehr den Hörer ab, einfach weil er es leid ist und er sagt, Hunter Campbell hat ihm ganz klar gesagt, hör mal, du wirst gegen keinen Top 5, Mann gewinnen. Und da hat Mike Perry gesagt, bezahl mich wie ein Top 5 Fighter und du wirst sehen, was passiert. Mike Perry hat für mich absolut sein Glück gefunden bei Bernackele FC. Ich weiß gar nicht, warum er überhaupt zurück will zur UFC, weil ich glaube, dass es durchaus den Typ Fighter gibt nach dem Motto, ich springe so hoch, wie ich muss. Du bezahlst mich für 15.000, du bekommst eine Leistung für 15.000, du bekommst Einsatz, du bekommst Skills für 15.000, Trainerteam und Vorbereitung und Pipapo. Fighter, die durchaus besser sein können, wenn die sagen, so und so viel Geld steht auf dem Spiel, ich bin ein Topmann, ich mache eine Top-Vorbereitung. Ich weiß nicht, bei allem Respekt, ob Mike Perry dazugehört, ich glaube, gerade in den letzten Fights in der UFC, ob es gegen einen Cowboy gewesen ist oder gegen andere Fighter, hat man gesehen, dass er doch irgendwo an seinem Zenit angekommen ist. Seine Stärke sind natürlich die Platinfäuste, aber das Grappling, Achillesferse, das Ringen, Achillesferse und ob das noch gereicht hätte, einfach nur mit körperlicher Stärke auszugleichen, schwer abzuschätzen. Ich muss aber fairerweise auch sagen, dass er seine Freundin oder ich glaube Frau mittlerweile als Coach genommen hat in seiner Ringecke, also die Vorbereitung war für ihn mit Sicherheit nicht ideal oder hochprofessionell. Er scheint zurückzuwollen, aber Hunter Campbell scheint ganz klar zu sagen, so viel wollen wir dir, können wir dir nicht bezahlen, weil er an Topmann ein bisschen unseren Augen nicht. Ist wenigstens ehrlich. Darren Till hat scheinbar, das passt noch zu Mike Perry, zwei Millionen Dollar abgelehnt. Ich glaube immer, dass es so ein bisschen auch übertreiben bei Bernacle FC, dass die damit so viel Geld um sich werfen, um Darren Till jetzt in den Bernacle-Käfig zu locken mit zwei Millionen Dollar, halte ich für übertrieben. Aber Darren Till hat scheinbar laut Mike Perry und er sagt auch nur, er hat es gehört, dass er Nein gesagt hat zu zwei Millionen und er will unbedingt mit Boxhandschuhen kämpfen und er sagt, hey, kann ich irgendwo respektieren, dass du bei deinem Wunsch oder bei deinem Vorhaben bleibst, aber was Echteres gibt es nicht. Teste dich. Knochen gegen Knochen. Das ist das Beste, das ist das Reale. Ja, ich finde auch, Mike Perry hat da einfach nur sein Glück gefunden und sollte definitiv auch beim Bernacle bleiben. Er ist da das absolute Auslängeschild, geht da absolut auf, kämpft er jetzt auch noch gegen Pitbull. Für mich macht es gar keinen Sinn für ihn zum jetzigen Zeitpunkt da wieder zurückzuwechseln zu UFC. Ein Fight gegen Darren Till würde ich auch gerne sehen, meinetwegen auch bei Bernacle, aber wenn Darren Till darauf keinen Bock hat, hat Darren Till darauf keinen Bock. Kommen wir zu Charles Oliveira, der auch nochmal über den Fight gesprochen hat gegen Amman Saroukian und so ein bisschen über die Scorecards gesprochen hat, sagt, in der ersten Runde bin ich fast all-in gegangen, wollte ihn unbedingt finishen, die Runde haben sie mir gegeben. In der zweiten Runde hat er auch eine Submission angesetzt, aber da ist er nicht ganz all-in gegangen, die hat man ihm nicht gegeben. In der dritten Runde war er dann wieder kurz davor, die hat man ihm auch nicht gegeben. Er sagt, ja, die Zeit ist mir einfach davon gelaufen, deswegen lässt er das auch ungern in den Händen der Punkte richtet. Er sagt, dann kann ich es einfach nicht mehr beeinflussen. Zum Schluss sagt er auch in diesem Dust-Choke, dass er glaubt, dass Saroukian quasi schon weg gewesen wäre und deswegen hat er auch mit der Zunge signalisiert, sagt, er hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, da ist jetzt auch wieder die Frage. Ich glaube nicht, dass Charles das jetzt sagt. Ich habe dann locker gelassen und das jetzt als Ausreden nimmt. Deswegen habe ich ihn nicht gefinisht. Aber ich als Fan stelle mir dann natürlich die Frage, wenn er vielleicht noch ein bisschen enger angezogen hätte, noch ein bisschen mehr aufs Finish gegangen hätte, hätte er ihn vielleicht wirklich auschoken können? Und dann ist ja selbst, wenn die Pause kommt, es erläutert die Glocke und der Referee trennt beide und ein Fighter ist komplett bewusstlos, ja, dann hat Charles Alvare diesen Fight gewonnen. Also da wirst du dann, glaube ich, nicht gerettet, wenn du dann quasi mit dem Gong aber trotzdem bewusstlos bist. Gut, sei es drum. Charles Alvare ist jetzt in einer schwierigen Situation oder nehmen wir nochmal ganz kurz Aman Sarruquia mit rein. Der hat gesagt, dass der Punktrichter sich bei ihm gemeldet hat, bei ihm und seinem Team, Mike Bell, und sich entschuldigt hat. Der hat gesagt, im Nachhinein habe ich nochmal den Fight angeguckt und ja, war eine schlechte Entscheidung von mir, die dritte Runde für Charles Alvare zu geben. Dafür wollte er sich entschuldigen. Finde ich persönlich gar nicht verkehrt, wenn ein Punktrichter da auch einsehen kann. Ja, nee, ich habe mich geirrt. Das zeigt da irgendwo auch Größe, dass man Fehler eingesteht und dann sagt, ne, sehe ich jetzt anders. Weil, und das sagt auch nochmal Sarruquian, der hätte damit meine Karriere quasi killen können oder dafür gesorgt, dass ich ziemlich weit nach unten gefallen wäre. Karriere killen klingt immer so endgültig. Sarruquian ist nach wie vor ein junger Mann. Gut, dann hätte er halt einen knappen Fight gegen Charles Alvare verloren. Zwei, drei Siege und der wäre wieder in dieser Position. Aber das wollte ich noch als Randnotiz mit reinnehmen. Wir bleiben aber hauptsächlich bei Charles. Für den ist auch die Frage, was steht jetzt als nächstes an? Keine einfache Entscheidung für ihn, weil ein Titelkampf steht fest. Corey gegen Islam. Wahrscheinlich auch der nächste Herausforderer, das wird Sarruquian sein. Gegen wen kommt Charles dann ins Spiel? Und Charles selber sagt, Gagey, der ist jetzt natürlich ausgenockt worden und die Nase ist wahrscheinlich erstmal gebrochen, verletzt. Das dauert ein bisschen. Er würde so schnell wie möglich gerne wiederkämpfen und er nimmt da auch Max Holloway. Max Holloways Namen in den Mund und sagt, das wäre natürlich auch ein interessanter Fighter, aber man muss jetzt abwarten. Holloway und Charles haben natürlich auch eine Geschichte, haben schon gegeneinander gekämpft, ist sehr unglücklich ausgegangen. Ich glaube, Speiseröhre, Luftröhre, irgendwas war da eine Verletzung von Charles Alvare, wo er dann plötzlich und akut zu Boden gegangen ist und der Referee dazwischen gegangen ist. Gut, das ist so eine Freak-Verletzung. Da kannst du nichts für und ich glaube, da kann auch keiner erwarten, ja, kämpf dich durch. Also wenn da irgendwas reißt von irgendeiner Röhre im Hals, da kämpfst du dich durch gar nichts. Da kämpfst du dann wahrscheinlich einfach nur, dass du deine Panik unterdrückst und du dann nicht gleich wirklich mit deinem Leben noch davon kommst. Auch das ist natürlich ein interessanter Fight. Charles, aufgrund seines Resümees, ich glaube, aufgrund seines Kampfrekords, wie viele Finishes dieser Mann hat, für mich bringt er die Voraussetzungen mit, um den BMF-Gürtel zu kämpfen. Und natürlich würde ich extrem gerne, wenn Max Holloway im Leichtgewicht bleibt, einen Fight gegen Charles Oliveira sehen. Warum nicht? Charles Oliveira hat quasi was wieder gut zu machen. Er würde mit Sicherheit auch das Grappling von Max testen. Wie gut ist das mittlerweile? Ein Fight, den ich sofort nehmen würde, weil sonst, ja, sieht es ein bisschen schwer aus für Charles im Leichtgewicht. Wenn er schnell jetzt aktiv bleiben möchte, gegen wen könnte er kämpfen? Die Top-Leute sind da jetzt mehr oder weniger alle vergeben. Er könnte ein bisschen weiter runtergehen und sagen, okay, dann ein Fight gegen Mateusz Gamrot, der macht vielleicht Sinn. Aber von den absoluten Top-Leuten, Genshi sollte erstmal jetzt eine Auszeit nehmen. Wie gesagt, ich habe es gerade aufgezählt. Porje, Saruki, Islam, die sind jetzt alle beschäftigt. Gegen Max wäre eigentlich ein ziemlich sinnvoller Fight, wenn Holloway im Leichtgewicht bleibt. Kommen wir zu Yuri Pukaska, der auch relativ schnell wieder reinspringen möchte gegen Alex Pereira und ganz klar sagt, in Brasilien kein Problem. Kurze Vorbereitung ist für mich kein Hindernis. Ich wäre bereit, um den Titel zu kämpfen. Und er sagt, er will nicht behaupten, es sei persönlich, aber so ein bisschen zeckt ihn natürlich diese Niederlage immer noch. Er sagt, das war ein sehr, sehr großer Fight-Fan in New York und deswegen hat er vielleicht auch nicht so locker und so geschmeidig gekämpft, wie er das normalerweise macht. wollte sehr, sehr viele Treffer einfach landen und beim nächsten Mal, da muss er vielleicht etwas relaxter kämpfen, so wie jetzt auch gegen Rakic. Er sagt, diese Fähigkeit, Schläge einzustecken, dass das wirklich eine Fähigkeit von ihm halt ist. Er weiß genau, wie man einen Treffer einstecken muss, wie man ihn nehmen muss, aber gibt auch zu, dass das vielleicht in einem Fight gegen Alex Pereira nicht unbedingt die richtige Taktik ist. Nichtsdestotrotz will er natürlich diesen Fight unbedingt haben. Er sagt, er bereut nichts, auch nicht, dass er diesen Fight angenommen hat. Er sagt, fit war ich nicht, war die Schulterverletzung richtig ausgehalten zu Staff-Infection, aber er sagt, da hat er die Lektion gelernt, dass er auch professionell sein muss und nur gesund in solche Fights gehen darf und er möchte einfach so schnell es geht wieder um den Titel kämpfen und wäre sogar offen in Brasilien da zu kämpfen. Ja, der Kampfstil von Prochaska ist ein sehr besonderer. Also ich glaube, wenn ich auch mal wieder so eine Special-Videoreihe mache, ich muss mir einfach was überlegen, um, was heißt YouTube auszutricksen, aber irgendwas mit dem Copyright muss ich mir überlegen, dass ich durchaus, weil wenn ich über irgendwas spreche und ich sage hier, das macht Prochaska meiner Meinung nach so und so und gut und schlecht, dann muss ich irgendwo Bildmaterial zeigen. Zumindest Fotos mit ein paar Pfeilen oder ein paar Momentaufnahmen, da muss ich mir einfach noch ein gutes System überlegen. Aber das wäre für mich auch ein Video wert. Wie schafft dieser Kerl das? Wie schafft er das, gefühlt mit offenem Visier reinzugehen? Wie kann er diese Treffer einstecken, diese Schläge wegstecken und trotzdem weiter nach vorne gehen? Aber das ist in der Tat gegen Alex Pereira ein schwieriger Stil, weil ich will nicht sagen, du musst perfekt kämpfen gegen Alex, weil auch der hat natürlich Schwachstellen, aber du darfst gerade von der Linken möglichst nicht getroffen werden, weil jeder Fighter wackelt, glaube ich. Das haben wir jetzt sehr eindrucksvoll gegen Hill gesehen. Und die Schwierigkeit ist dann, wenn du ihm diesen Raum gibst und sehr vorsichtig bist, weil du weißt, wo die Linke kommt und ich muss vielleicht meine Distanz waren. Ja, der Typ kann sich ja die Schuhe zubinden, ohne sich nach vorne zu beugen. Der hat so lange Arme, dann hat er noch diese extrem gefährlichen Low-Kicks. Wenn du auf Distanz bleibst, wirst du von ihm einfach mürbe gemacht. Wirst du in der Distanz platt gemacht. Also es ist ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Izzy hat ihn nicht umsonst als ich habe einen Giganten besiegt, bezeichnet einen Riesen. Das hat er in diesem Fall wirklich gemacht. Rein im Striking ist es sehr, sehr schwierig gegen Alex Pereira zu bestehen, aber Prokaska hat es ja auch im ersten Fight gut gemischt mit seinen Takedowns. Leider hat sich Alex scheinbar jetzt die Zehn gebrochen, also zwei, einen vor dem Fight, einen während des Fights. Sonst, glaube ich, wäre das ein wahnsinnig geiler Fight, relativ kurzfristig. Nochmal kurzfristig, war ja schon in New York relativ kurzfristig. Nochmal Prokaska gegen Pereira. Ich als Fan hätte nichts dagegen. Bo Nickel hat natürlich, weil Kamse Cimayev auch ein bisschen ausgeteilt hat, weil er gesagt hat, das Wrestling war einfach nur Bullshit, hat jetzt auch gegen ihn ausgeteilt und er sagt, wenn wir aufeinandertreffen, ich würde ihn auf den Boden bringen, ich würde ihn hin und her werfen, wie ich will, würde ihn durch den Käfig schmeißen. Er ist kein großes Mittelgewicht, er wird müde. Er glaubt, wenn es in fünf Runden kam, es kommt dann nicht mal bis zur fünften Runde. Also natürlich da auch eine knackige Ansage. Er hat auch quasi, dass das was Positives hingenommen, dass auch Cimayev über ihn gesprochen hat, sagt, er sieht, damit falle ich zumindest auf, ich bin auf seinem Radar, er spricht über mich und ja, mit einer Sache hat er sich vielleicht ein kleines Eigentor geschossen, wenn er mich jetzt kritisiert, er sagt dir, Bro, gegen wen hast du gekämpft, als du 5 zu 0 warst? Ich kämpfe hier bei UFC 300 gegen Top-Leute und du gegen irgendeinen unbekannten Typen in Europa. Ja, wenn wir da den Faktencheck machen und wir lassen jetzt mal die Amateurkarriere außen vor, 1, 2, 3, 4, 5, gegen Ali Skerov gewonnen, Ali Skerov jetzt selber UFC-Fighter, nur eine Niederlage gegen halt Kamzat Cimayev, da hat er sich auch wirklich genau den Mann ausgesucht bei 5 zu 0, also mit dem fünften Sieg, wenn er natürlich gefragt hat, nach dem 5 zu 0, der dann gegen Long war, den kenne ich jetzt auch nicht unbedingt, dann macht's vielleicht, dann kann er einen Treffer landen, aber genau bei 5 zu 0 war der letzte Gegner Ali Skerov und ich glaube, ja, dann war auch schon der übernächste Fight gegen Phillips in der UFC, also das ging bei ihm dann auch verdammt schnell. Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen ein Eigentor geschossen, dass er da versucht, zu sagen, gegen wen hast du denn gekämpft, so früh in deiner Karriere? Ja, gegen Ali Skerov, der ein ziemlich guter Fighter ist. Aber das ist ein Aufeinandertreffen früher oder später, wenn beide verletzungsfrei bleiben, wenn beide aktiv bleiben, muss es kommen. Führt da eigentlich keinen Weg dran vorbei, dann haben wir dieses Duell, vielleicht auch Ringen aus zwei unterschiedlichen Welten, zwei sehr Grappling-lastige, dominante Fighter. Ich finde es immer interessant, zu sehen, wer setzt sich dann durch. Nicht, weil ich zwangsläufig unbedingt einen Fighter verlieren sehen möchte, sondern ich bin einfach neugierig an diesen Fights, wenn man einfach das Gefühl hat, boah, beide kennen eigentlich nur diesen Weg nach vorne. Beide kennen nur die Art zu dominieren. Was ist, wenn der andere, wer setzt sich da einfach durch? Welche Mittel findet der eine gegen den anderen? Das sind für mich einfach sehr, sehr spannende Fights. Ist natürlich eine knackige Ansage zu sagen, Schimaev wird von mir dominiert und durch die Gegend geworfen. Er ist sich aber auch bewusst, er sagt gerade früh, es ist natürlich ein gefährlicher Gegner, ein schwieriger Fight, aber er glaubt, er würde den ersten Ansturm überstehen, dass Schimaev nichts hat, mit dem er ihm wehtun kann und dass er ihn dann spätestens in den späteren Runden auseinander nimmt. Aktuell Bonickel, jetzt steht er 6 zu 0, Schimaev steht bei 13 zu 0, glaube ich, oder? Habe ich das nicht gerade richtig gesehen? Ja, 13 zu 0, kämpft jetzt erstmal gegen Whittaker, wird sich dann wahrscheinlich jetzt erstmal in Richtung Titelnähe bewegen, wenn er den Titel wirklich holen sollte in dieser Gewichtsklasse. Ich glaube, in ein, zwei Jahren ist so ein Aufeinandertreffen gegen Bonickel dann realistisch und das wird ein, lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster, ein Aufeinandertreffen von zwei Superfightern und eine sehr interessante Nummer. Zum Abschluss, eine komplett andere, eine merkwürdige Perspektive, die Kämpfer werden besser verdient, als sie es eigentlich verdient hätten. Also gemäß ihrem Wert, was sie leisten. Und diese Aussage kommt von Sam Alvey. Und da wäre es jetzt natürlich einfach zu sagen, ja, was für ein Unsinn, weil natürlich verdienen die Fighter vielleicht gemessen an der reinen Zeit, die die da jetzt im Käfig stehen, jetzt nicht unbedingt schlecht. Natürlich muss man da immer gegenrechnen, was mit der Vorbereitung, was mit dem gesundheitlichen Risiko. Aber darum geht es, glaube ich, bei dieser ganzen Kämpferbezahlungsdebatte eigentlich nicht, sondern wie viel verdient die UFC und welchen Anteil geben sie den Fightern davon ab. Damit könnte man das jetzt relativ schnell zunichte machen. Aber Sam Alvey hat einen sehr, sehr interessanten anderen Ansatz und eine sehr interessante Begründung, eine interessante Perspektive und ich finde es spannend, deswegen bringe ich es mit rein. Und er erwähnt da einen Fight, auch sehr selbstkritisch oder sieht das vielleicht sehr realistisch. Er erwähnt einen Fight in Australien und er sagt, die UFC fliegt mich und meine komplette Ringecke fliegen die ein. Genauso wie bei meinem Gegner. Wir landen, die geben uns erstmal einen Tausender. Dem Gegner natürlich auch einen Tausender. Wir haben das mal zusammengerechnet und zum Schluss mit Aufenthalt, mit Hotel, ich glaube, die UFC bezahlt immer zwei, zwei Corner Man irgendwie, maximal drei, ich weiß es aber nicht genau. Also von dem, was Fighter dann halt erzählt. Und er sagt, insgesamt haben die mit Gage und sowas alles 50.000 bis 70.000 investiert für diesen Kampf als Gesamtpaket. Und er sagt, die haben von uns nichts im Gegenzug bekommen, also die haben nichts an uns verdient. Weil er hier ganz klar sagt, ey, niemand schaltet ein, um Smilen Sam Elvey zu sehen, niemand schaltet ein, um Dylan Andrews zu sehen und sie haben trotzdem 70.000 bezahlt, obwohl sie selber quasi nichts im Gegenzug bekommen haben. Ob jetzt wirklich keiner einschaltet, das würde ich bezweifeln. Ich verstehe natürlich, was er meint. Keiner kauft jetzt eine Card, nur wegen Sam Elvey. Aber keiner möchte natürlich auch nur eine Card kaufen, wo jetzt nur der Hauptkampf drauf ist, sondern man erwartet dann noch 12, 13, 14 andere Fights, wo man sich ja hofft, da wird es richtig zu Sachen gehen und da sehe ich MMA auf höchstem Niveau. Aber Elvey hat hier auch als Fighter, obwohl er sich ja da ins eigene Fleisch schneidet, eine interessante Perspektive, weil er sagt, es gibt natürlich die Max Holloways, die Conor McGregors, die Jon Jones und die UFC, setzt quasi immer Geld drauf, dass es jemand schafft. Die investieren am Anfang sehr, sehr viel und wenn es jemand schafft, wenn er ein Star wird, wenn er, weiß ich nicht, unglaublich abliefert, ja, dann hat sich das gelohnt und der bringt viel Geld rein. Häufig lohnt sich das aber nicht. Elvey sagt auch, man darf nicht vergessen, dass die UFC, das MMA, immer noch ein sehr, sehr begrenzter Sport ist. Das ist nicht das Millionenpublikum wie beim Football, wie beim Fußball, wie bei der NBA. Ey, der sagt, wenn man sich anguckt, bester, hier, Conor G. Khabib, größter Fight, da waren 15.000, 17.000 in der Arena. Wenn man sich anguckt, wie viele bei dem NBA-Spiel sind, er nennt da 50.000, ich weiß nicht, ob so viele da sind, aber können wir natürlich den Vergleich zum Fußball machen. Hier, Dortmund, Signal Iduna Park, wie viele sind da immer? 80.000. Ist natürlich eine andere Größenordnung. Gut, liegt vielleicht auch am Stadion. Dana hat ja immer wieder gesagt, er steht nicht so auf diese Open-Air-Live-Events, das sei ihm einfach nur Dorn im Auge. Auch 2,4 Millionen Pay-Per-Views. Ja, vielleicht liegt das auch einfach am Streaming-Zeitalter, dass einige da einfach einen Link haben, wo die sagen, dafür muss ich nicht bezahlen. Aber es ist natürlich noch ein anderes Publikum. Die Frage ist nur hier, würde die UFC besser bezahlen, wenn die jetzt 10 Millionen im Pay-Per-View kaufen? Oder würden die sagen, ja, wir haben ja die Verträge und wir verdienen jetzt, keine Ahnung, eine Milliarde. Ich übertreibe jetzt einfach mal. Und die Fighter verdienen trotzdem noch relativ wenig. Die, was sind da, 17, 18, 19 Prozent von dem Gewinn, von dem Umsatz, was die UFC dann schlussendlich reinholt. Aber eine interessante Perspektive finde ich von Elvie, weil natürlich die UFC investiert erstmal in Fighter, ohne dass direkt vielleicht was rauskommt. Sondern immer nur, ja, vielleicht wird das der Star. Vielleicht liefert der ab, vielleicht holt der Knockouts, dass die Fans dann nächstes Mal für den einschalten. Ja, aber vielleicht auch nicht. Das wollte ich mit reinnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Pass auf dich auf, bis demnächst und let's fight. Das ist es. Das ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.